halli hallo mal wieder ach wie einfach es ist die flache erde zu beweisen aber also den mund da hinten am kamin 60 grad von meiner position es ist morgens um 10 in deutschland und wie wir sehen haben wir genau da die sonne ebenfalls 60 grad über meiner position würde sagen einfache mathematik oder da bin ich sozusagen die spitze des dreiecks und was mir auch noch angeschafft hat und nach dem wochen lang die suppe über dem hängel hängen sieht es jetzt so aus bei mir nur ein kleines wölkchen die vögel zwitschern und alle fühlen sich wohl so wie ich auch ich wünsche euch was bleibt gesund tut gut